Jo, hi Leute und willkommen zu Newsbombaribritz. Ja, wir machen beim Schluss weiter. 99 Leben, wir sind voll. Ja, von daher brauchen wir das nicht machen. Ja, überflüssig. Die Leben, die wir verloren haben, haben wir ja wieder reinbekommen. Ich werde mich drücken. Utsch, das tat weh. Das tat weh. Oh, du warst zu langsam. Denke ich? Das ist eine Kacke. Du warst einfach zu langsam. Ich esse Knoblauch, ich habe keine Probleme mit Knoblauch. Warum sagst du, es steckt ein Knoblauch? Weißt du was? Ernsthaft? Voll ernsthaft. Und verschwendet. Ja, entschuldige. Ich konnte es nicht sagen, dass du scheiße bist. Hahahaha. Ich weiß auch. Ich glaube, der hilft dir da auch nicht, oder? Kann ich auch mal testen. Ah! Hahahaha. 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 Da kannst du unterspringen, ja. Hahahaha. 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 Ich habe gewusst, dass der jetzt zurückkommt. Hahahaha. Hahahaha. Warte jetzt erst mal. Hahahaha. Ich weiß, das war knapp. Hahahaha. 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 Das hat jetzt den Panzer nicht gehabt. Hahahaha. Jetzt habe ich den Panzer gekriegt habe. So, dadurch komme ich jetzt wenigstens voran. Danke. Ich habe den Tala. Mal gleich safe machen. Jetzt kann ich erstmal nicht zurück. Ich muss warten wieder. Hast du jetzt die Erdbeer-Ding gemacht, oder wie? Scheiße! Ich bin zu früh gesprungen. Ach stimmt, wir haben ja safe gemacht, ja? Hm. Schon wieder. Da ist der Papa, aber ohne Kinder. Ist der froh? Auf die Dinger da drauf springen. Das heißt, kein Schutz mehr. Ernsthaft? Du bleibst einfach zu spät stehen. Ja, vielleicht auch schon mal drauf. Das ist ja nicht so... Danke, jetzt hast du mich aus dem... Konzept gebracht. Immer auf der Stelle. Du musst es spät. Aber das ist doch auch der späteren Tiert sich. Nur Opa mach hinne. Ich bin sicher, dass du älter bist als die anderen kleinen Viecher. Danke. Du denkst dir auch, ich verliere das sowieso an dem Vieh wieder, oder? Ich weiß. Gib mal einen Schluck. Oh, ist das fies gemacht. Seid ihr mich schon denken, dass so eine Scheiße kommt? Schnell! Lach mal noch über mich, wenn es so knapp wird. Hahaha naja wird jetzt kompliziert hab sie gewusst ohne die Dings kommst du jetzt nicht heute doch ein verdammt schnell sein und jetzt gehst du krachen und jetzt gehst du krachen und schon ist es passiert wir haben den letzten sterbenthaler nicht da ist eine röhre da unten ja das ist mir auch schon aufgefallen und wie sollst du da hochkommen ja gute frage nächste frage der wand sprung will anscheinend nicht eine kleine drecksschildkröte komm her wie soll man den karkett zu schaffen die blume jetzt richtig angebracht jetzt müssen wir hier noch mal machen wir brauchen nämlich den letzten taler natürlich später muss er das die mini-bitch mini-mini mini-mini mama safe du mini die blume jetzt Ufff Da 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 ich habe keine Zeit mehr dafür Das ist die Füße. So, mich meckern, wenn es bei mir so knapp ist. Ja, Freund. Was haben die so gemacht? Scheiße. Das hat das Füße gemacht worden. Und hoch! Hör auf! Oh, Alter! Jetzt legen! Nein! Den Christen nicht zerstampft, der ist zu groß dafür. Doch, mit der Stamperkacke. So geht's auch. Bei der Grund, weshalb ich da auf den hoch wollte. Aha! Kommst du aber nicht an die scheiß Blume ran? Doch. Das war nicht klar. Schuss. So ist nicht schon beschissen genug, wie es da muss noch so ein Vieh rumlaufen. So ist es auch rumlaufen, ey. Wuhuhu! Wuhuhuhu! Warum machst du da jetzt nochmal? Schon vergessen, was bei Ihnen davor passiert ist? Und... Wuhuun! 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 So Leute! Wuhuun! Löff doch schon! Ich wollte gerade auf den Minipitz! So! Wuhuun! Ja! So geht es! Da ist bestimmt ein... Ja! Ja! Geht es eigentlich noch beschissener, Leute! Alter! Oh, Alter! Ah! Da sind noch so eine Stacheln! Da musst du aufpassen! Ja, ich weiß! Das ist ja... ... Gar nicht machbar! Wie soll man die Scheiße denn machen? Die Drecksklinger kommen alle gleichzeitig raus, ja? Ja, das ist doch das Bitchloch, hä? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUck! Oh, langsam kriegt man hier keinen Bock mehr. Oh, Alter, leg mich doch. Das Problem ist jetzt so, du kannst da nirgendwo einen Wandsprung machen. Und jetzt sind das! so komm wird noch mal groß da weiter das ist bekackt das ist so gekackt gemacht worden oh alter und mann wie du Langsam kriege ich hier die Krise, nur wie in den klein verkackten Dreckstaler. Wieso springt er nicht von der anderen Wand wieder ab? Sprich doch mal, weil ich rechte den Arsch auf. Lass doch mal, ich würd dir die Schnauze voll. Lass doch mal, ich würd dir die Schnauze voll. Da kommt nicht bis ganz oben hin. Das ist ganz beschissen, der macht so. Mensch, warum gehst du da rein? Dennoch das Drecksvieh dazwischen. Mensch, du kleine Dreckshaargen. Fucking Poops. Man, fick dich doch. Vielleicht. Wärme aus, oder? Man. Phhhh, Alter. Man haut immer schrecklich in der scheiß Decke. Mach ich was so in der Kack? Geh doch kacken oder ich richte einen kleinen Dreckschädel ab. Mensch. So, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich Mini Mario. Das liegt daran, weil ich mir Mini Mario besorgt habe und ja, wir müssen jetzt so durchkommen. Das wird jetzt nicht einfach. So, das wird alles andere als einfach. Ich mach jetzt erstmal auf save. Zu frühe Sprung. Ja, der springt viel stärker. Ja, weil er mehr denn so schwebt irgendwie. Mit dem kann man sich auch nicht rücken. Nein! Oh, oh. 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 Okay, das macht das nicht. Bist falsch rufgekommen, oder? Scheiße! Scheiße! Mit dem kannst du nicht so schnell springen. Das ist gar nicht so einfach mit der Dreckzuge hier. Ach man, ey. Boah, Alter. Machen wir Pause und wir sehen uns gleich. So, jetzt haben wir wieder den Mini Mario. Es war eine ganz schöne Arbeit mit dem hier hinzukommen. So, jetzt nehmen wir den Panzer. Wir mussten ja den Panzer dort drinnen lassen. Das ist fies. Schüttel. Jetzt meine Onkel, bevor du dich zu mir gekommen bist. Ja. Na kommt. So. So geht's auch? Ja, anders ist das mehr als nur beschissen. Endlich haben wir die scheiß Münze. Bleib ruhig. Ja, da kann man nicht mehr ruhig bleiben. Du hast es doch jetzt. Nein, das geht nicht. Weil das Drecksvieg guckt dich noch so blöd an, ja? Seppie da. So. Was für eine beschissene Menze, was hat Nintendo sich dabei nur gedacht? Ja, ich muss erstmal wirklich Luft lassen. Ich habe wie so Bekloppte hier rumgeeiert. Trink mal einen Schluck, ey. Hört auch nicht. Das speicher ich, auf jeden Fall. Das wird doppelt und dreifachig, weil das... Darauf könnt ihr ein Gift nehmen. Wär es doch blöd, wenn du das jetzt nicht speichern willst. So, und dann sage ich mal, die nächsten Let's Play machen wir dann weiter. Wir sehen uns dann bald und dann einfach mal für dreine Haut.